Oh, hallo! Hallo, grüß dich! Ähm, daneben. Ey, Manu, warum geht denn das daneben? Da steckt aber gar nicht so viel ein, ich sag's nur. Was bist du denn? Oh, oh! Ey, wie viel denn noch? Komm schon! Boah, steckt ja viel ein. Kann ich mehr, ey. Also wenn so einer bei der Nachthorde kommt, dann bloß Mahlzeit. Ich hab nicht mehr viel. Ich hab nicht mehr viel. Kann er mal bitte kaputt gehen? Alter! War vielleicht keine gute Idee, den Typ hier anzuvisieren. Ich mein, das war jetzt nur Zufall. Aber der frisst halt eben einiges an Munition weg, ne? Oh mein Gott! Also wenn der nichts vernünftiges droppt, dann weiß ich auch nicht. Dann bin ich sauer. Dann bin ich echt sauer. Danke. Ich warne dich. Willst du mich verarschen, Spiel? Für das bisschen? Kannst du, ess einfach was. Das war jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich weiß auch, wie es ist. Hm. Na gut. Ja, wir fahren weiter. Wow! Für das bisschen. Ich kann das alles nicht mehr. Oh Gott. Ich werd locker gebüht. Oh, 20 vor 1. Okay, das erklärt's. Okay. Ja, hier, man erinnere sich, hab ich auch mal eine Testnacht gemacht, um zu gucken, wo der Spawnpunkt von den Zombies hier ist. Fun Fact, die Insel ist so groß, allein die Militärbasis, dass sie mittendrin ist, spawnen. Also nicht geeignet. Ja, ja. Okay. Ich habe einfach infiltraten im Untergrund. Did you bring the access card? Find the entrance and come in. Advancing the main stores will unlock buildings as reward. Didn't you hear that? Hör auf zu jämmern. Hör auf zu jämmern. Hör auf zu jämmern. Ich war noch nie hier drinnen, ne? Ich habe keine Ahnung, was hier gleich passiert. Hi. Oh Gott. Jetzt schauen wir Sally vor 6 R asking. Oh, er ist das? Er ist das." 10 Vorgang werdenOLD. Ich habeeast das gegeben. Er ist das Tool das zu besuchen. Die Militärbasis Test gegangen sind, Oh Gott. Leute, folgt mir. Wir brauchen uns verderben. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Gut, Stella. Da sind diese großen Dranada, will ich aber nicht rein. Oh Gott. Da ist ja noch einer. Okay, ich gehe auf den da. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Leute, verballert nicht eure ganze Munition. Oh Gott, ist das übel hier. Aua. Und Skorpione auch noch. Ja, fein. Schön. Voll aus der Puste. Er kommt schon mit dem, wenn er dir doch so gut klarkommt. Oh, Kyle ist 21, sehr schön. Das geht doch jetzt schön voran. Äh. Das sieht mir so aus, als ob man hier nach unten müsste. Oh, scheiße. Oh, hallo. Oh. Münzprägestempel. Wir können dieses Münzdingen da bauen. Bin ich mal gespannt, was das kann. Oh. Oh. Gut, jetzt. Oh, nee, das nur. Oh. Okay. Geh doch mal aus der Füße. Ah. Oh, scheiße, Mann. Oh, scheiße, Mann. Ist mir scheißegal, wenn sie mich umbringen wollen. Excuse me. Das sieht mir so sehr einladend aus. Welcher ist der Kopf? Ja, das ist die Frage, stelle ich mir auch öfters. Ich glaube, hier geht's lang. Aua. Oh, scheiße, das ist nicht gut. Stopp. Zu schmaler Gang. Wir müssen hier zurück. Kommt schon. Ach so, ihr könnt schlagen. Schön. Oh, no. Kommt der denn auf einmal her? Ich kann hier nichts zuschlagen, nur stechen. Ja, Kyle ist tot. Oh, no. Oh, no. Ey, siehs, komm, wir sind, wir sind noch gar nicht richtig drin und schon sind wir weg. Leute, ich muss hier raus. Nein. Oh. Scheiße. Oh, hier. Ich stehe ständig unter Strom, ne? Ach, komm schon. Das ist viel zu eng hier. Ich kann hier nichts machen. Lasst mich doch jetzt mal los, Mann. Ich komm hier... Oh, was war das denn? Hier. Es reicht. Mann, der geht mir tierisch auf den Zünder. Ich komm hier nicht raus. Ich komm hier nicht raus. Ich bin geblockt. Jetzt. Alter. Alter. Warum hab ich denn auf einmal die Dings in der Hand? Ich muss mal kurz weg. Ich bin geblockt hier. Das ist scheiße. Ich komm da nicht durch, solange die da hocken und tot sind. Ey. Ne, komm. Komm. Oh, Mann. Das geht... Hier, der geht mir so auf den Sack. Ich sag's, wie es ist. Oh, hier unten. Offensichtlich. Na los, komm her. Komm her, du Pussy. Kann ich jetzt auch mal bitte schlagen? Danke. Boah. Ja, man ist hier geblockt. Schön. Oh, ich bin jetzt schon komplett genervt, ey. Hast du noch was? Du hast noch genug. Ess was. Achso, bestimmt hier unten. Sieht mir sehr... Sieht sehr einladend aus. Oh, großer Gott. Ich werd mich hier doch... Oh, wie sieht die? Nein. Kein Strom. Aber das Schlimme eben war halt eben dieser enge Gang und dass da noch mehr Zombies waren. Das war Knickbruch gerade. Oh, apropos Knickbruch. Welches? Ups. Alter, wie weit geht denn das runter? Oh, mein Gott. Nein, ihr geht nicht da rein. Hier sind extremst viele von denen. Ich glaube, der Typ hier wird nicht so einfach. Wie der andere. Ähm. Schon vielleicht. Oh! Da ist er. Puh, stopp. Äh, wer ist das eigentlich? Jetzt machen wir einen Gefängnisuntergrund. Und ich habe keine Ahnung, wer das jetzt ist. Ah! Oh mein Gott! Leute, ihr dürft gerne mithelfen. Wir gehen erst mal auf Nahkampf. Mal gucken, was dann passiert. Ich will dieses Schwert haben. Oh Gott. Oh, shit. Hallo! Oh, no. Der hat. Hallo. Scheiße! Okay, jetzt müssen wir auf Distanz gehen. Oh, das sind Pfeile! What the fuck? Scheiße! Ich guck mal kurz weg. Alter! Was ist denn das für ein Typ? Ey, ich kann mich nicht bewegen. Das ist nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nein, nicht gut. Nein, lass mich weg. Immer in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Der hat einen Pfeil und Bogen. Dieser Penner. Ich will das haben. Kann er sich da mal bitte verpissen? Ich würde die zwei mal gerne wieder zurückholen. Vielleicht könnte er ein bisschen schießen. Okay, nicht wirklich. Komm schon, ich krieg das. Ich krieg das. Ich krieg das. Ich krieg das. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja! Umtcha! First try, baby! Was ist denn das für einer? Hey, Leute. Also, ich muss sagen, hierfür sind sie doch hilfreich. Was haben wir denn hier als Feines? Zeig her. Zeig her. Eine Bulldog. Ein Granatwerfer. Wie, das war's? Ja, die Bulldog. Ein einzigartig. Okay. Dear daughter. Nora. Irgendwas. Seine Tochter. Ja, okay. sagt uns jetzt nicht unbedingt viel. Sagt uns jetzt nicht unbedingt viel. Ist hier nicht noch irgendwo was? Hier ist doch bestimmt noch irgendwas. Oh, ja, okay. Oh, okay. Pssst. What the fuck? Du bist ein frühes Test-Test. Deine Leistung ist impressive. General Gregory war ein Partner, der begann diesen Experiment mit mir. Aber im Endeffekt, er war irrationally, wie die alte Humanität. Das ist warum ich versucht, ihn in einen neuen Human zu entwickeln. Doch es hat letztlich nicht verloren. Jetzt muss ich dich testen. Also, ich habe eine Chance vorbereitet, um dich zu verhindern, dass ich dich zu verhindern habe. Okay. Wie frühere Test-Pazzo. Ist das der Grund, weshalb wir in dieser komischen Kapsel waren am Anfang? Ach, wirklich? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Halten wir mal ganz kurz fest. Wir wollen ein Heilmittel herstellen und gehen jetzt mal zum Markt. Wirklich? Ich kann nicht mehr. Ja, gut. Also, das ist jetzt auch ein Teil der Story, den ich auch noch nicht kannte. Sehr interessant. Offensichtlich sind wir auch ein Test-Objekt. So habe ich es jedenfalls verstanden. Kann natürlich sein, dass die Übersetzung da wieder rein kickt. I don't know. Ähm. To get stronger, we need to upgrade our equipment. Ja. Wo ist denn das? Ach, das ist da. Guck mal, da kommen wir jetzt auch schon ins Schneegebiet. Bei der Main-Story. Nice to know. Tja, aber ich würde jetzt gerne erstmal nach Hause gehen wollen. Kommt ihr mit, Leute? Oh, das sieht ganz okay aus. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang laufe. Ey, das ist so verwirrend. Ah. Leute, ich habe jetzt echt schon genug gekämpft. Lasst mich bitte in Ruhe. Also, um das unterirdische Gefängnis hier auseinander zu nehmen. Hat man noch einiges zu tun. Helena, was ist mit dir? Okay, die spawnen dann gleich hinter uns. Das sollte klappen. Geh. Oh, Hallöchen. Ups. Äh, was? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ach, doch. Ja, 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 ja. Okay. Ja. Und jetzt einfach nur raus. Ich werde mir dann nochmal so eine Karte beschaffen und dann kann man das Ding hier immer noch auseinander nehmen. Aber für heute ist es erstmal gut. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Ah. So. Äh, da. Wir fahren mal kurz nach Hause und mal gucken, wie der Heli jetzt aussieht. Ob der jetzt die ganze Zeit da vor sich hin qualmt oder ob der einfach nur weg ist. Ups. Kurve kriegen wir auch ganz nice. Ne, hier fackelt nix. Steht einfach nur komplett schrottreif da. Schön. Ich will mir das trotzdem mal näher angucken. Ah. Ja. Also ich denke in Sachen Ersatzteile brauchen wir jetzt nicht mehr. Töcken mehr. Puh. Was ein Scheiß. Haha. Was ein Arschloch, dieser Dr. Cleon Raven. Und ich möchte nochmal anmerken. Ne, ich will nix anmerken. Lassen wir das. Sonst könnte es falsch aufgefasst werden. Und das will ich jetzt auch nicht. Was ist mit euch? Hahaha. Wundervoll. Ja. Also. Haben jetzt einiges Mainstory technisch durchgerobbt. Ähm. Vielleicht. Gucken wir beim nächsten Mal. Wie es da jetzt weiter geht. Was man da noch machen kann. Ich kann. Oh. Entschuldigung. Ich könnte mir vorstellen tatsächlich. Weil hier ungefähr auf der Höhe ist auch eine Überlebung. Oder hier oben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Hier im Schneefeld ist auch nochmal eine. Äh. So ein Schutzhaus. Und ich könnte mir vorstellen. dass äh. Äh. Die. Veronica Grimes. Sich da niederlässt. Ähm. Ähm. Also laut Map steht unser Panzerwagen noch an der Militärbasis. Nice to know. Ne. Also. konnte ich mir vorstellen. Dass sie sich dann da niederlässt. Nun denn. Ich glaube wir nehmen aber auch die zwei wieder mit. Egal. Ich mache jetzt erstmal was entspanntes. Angeln oder sowas. Irgendwas. Aber nicht sowas. Nicht sowas. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs zuschauen. Und. Bis. zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.